Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir einen Gast bei uns, der die Nase immer das Vorderste haben muss. Heute muss man wissen, was Marni der Schuhmode gefragt ist. Herr Probst, Sie sind Eingäufer der Diana, Schuhfachgeschäfte von GOB. Wie viele Filialen hat Diana? GOB hat 41 Diana Filialen. In der deutschen und französischen Schweiz und zwar in den grossen Stadtzentren, aber auch in städtischen Quartieren und in kleineren Ortschaften auf dem Land. Herr Probst, wie entsteht denn eigentlich ein Schuh? Am Anfang steht die Idee vom Kreator. Die kreativen Leute erreicht man in den grossen Modezentren der Europa. Das heisst in Paris, London, Florenz, aber auch in der Schweiz. Herr Probst, Sie haben uns etwas ganz lustiges mitgebracht. Was ist das? Das ist ein sogenannter Leist aus Holz. Der gibt im Schuh die richtige Form. Und so wird das Oberleder um den Leist geformt. Und hier sieht er zum fertigen Schuh. Es ist übrigens eines der aktuellen Diana Herbstmodeangebote. Diana Fachgeschäfte von GOB haben ein reichhaltiges und preiswertes Angebot für Damen, Herren und Kinder für jeden Zweck. Und was können Sie unseren Zuschauern aus dem Diana Fachgeschäft besonders empfehlen? Empfehlen möchte ich vor allem unsere gut geschulten Verkäuferinnen und Verkäufer in der Diana Filiale, die sich immer bemühen, sie als Kunden gut zu bedienen. Der Kauf von Schuhen ist eine vertrauende Sache und braucht eine seriöse Beratung. Denn die richtige Passform des Schuhes ist wichtig für das persönliche Wohlbefinden. Danke, Herr Probst. Das Diana Schuhgeschäft, das Sie von Ihnen gesehen haben, ist im neu eröffneten GOB-City Warenhaus in Winterthur. Wir sind für Sie mit der Kamera ein bisschen reinschauen. Ich melde mich hier von Winterthur, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wie Sie sehen, erfreut sich das neueste GOB-City Warenhaus ja schon grösster Beliebtheit. Excuse, darf ich Sie gerade fragen, wie gefällt Ihnen denn das neue Warenhaus GOB-City? Ich finde es toll, es hat alles was man braucht und es ist günstig. Dankeschön, bitte. Und wie finden Sie es? Also wir haben es beide glatt gehabt. Sie im Kinderhort, gell du? Und ich beim Einkaufen. Etwas ganz besonderes im GOB-City Winterthur, das ist die Abteilung Le Gourmet mit Spezialitäten aus aller Welt. Da gibt es täglich mehrmals offen frische Backspezialitäten. Oder die grosse Käseabteilung mit über 100 Sorten ausgesuchten Käse. Und beim Trêteur, da finden Sie die feinsten Überraschungen. Im neuen GOB-City Winterthur, da gibt es auf einer Fläche von 6400 Quadratmetern über 30'000 Artikel. Natürlich auch Damen, Herren und Kinderbekleidung. Mode für die ganze Familie. Aber auch alles für Heim und Hobby. Do it yourself und Möbel. Und natürlich noch für vieles, vieles mehr. Kommen Sie doch schauen. Sie sehen, GOB bietet ja immer wieder neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Und damit gebe ich jetzt wieder zurück ins Studio. Danke GOB-City Winterthur. Übrigens, in all seinen Warenhäusern ist es GOB jetzt möglich, an einem vielseitigen Kundenwunsch entgegenzukommen. Immer mehr Leute wollen mit einer Karte zahlen. Ja, und jetzt ist sie da. Die neue GOB-Kundenkarte. Da ist sie. Und mit dieser GOB-Kundenkarte zahlen Sie jetzt also nur noch einmal im Monat. Und Sie können genau so günstig einkaufen, wie Sie sich das ja gewohnt sind in Ihrem GOB-Warenhaus. Denn die Karte ist absolut kostenlos und spesenfrei. Holen Sie sich in Ihrem Warenhaus so einen Prospekt mit diesem Anmeldetalon. Und schauen Sie auch noch in der GOB-Zeitung und sonst in der Tagespresse auf die Inserat. Da steht nämlich genau in welchen Warenhäusern, dass die GOB-Kundenkarte gültig ist. So, das wäre es gewesen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir empfehlen Ihnen jetzt aber noch GOB-Aktionsangebot. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB Tier-Hit-Angebote. 50-Büttel-Yaminda-Tee, feines Ceylon, statt 1,50 nur 1,20. 2 x 500 g Gala-Teigwaren, breite Nudeln, Spiralen oder Spätzchen, statt 3,30 nur 2,40. 1 Flacon Fah Schumbad, nur 2,95. Und 1 Flacon Feniel Classic, nur 5,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 2 Dosen feine Midi-Erbsli und Rüebli, statt 4,70 nur 3,70. 400 g Frischback Butterzopf, statt 2,20 nur 1,70. Und als aktueller Preisschlager, 1 Topf Pflanze Erika, nur 3,90. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch, um die gleiche Zeit. 2 2 3 2 3 2 3 1 0